Er erwischte mich draußen im Hof. Ich hatte meinen Rucksack in der Hand und sah noch nach der Post, als er das Tor aufzog. Ich hörte ihn, bevor ich ihn sah. Er stand da und sagte, Hallo. Er trug eine schwarze Lederjacke, die ich noch nie an ihm gesehen hatte. Er sah gut aus, keine Ränder mehr unter den Augen, ausgeschlafen. Auch ein paar Kilo weniger. Hallo, sagte ich und schloss den Briefkasten. Es gab keine Post. Er sah auf den Rucksack und sagte, Ist schlecht was? Ja, sagte ich, bin quasi schon aus der Tür. Wohin geht's? Nach Belgien. Er nickte anerkennt. Kommst ganz schön rum. Ich schreibe über die Ausstellung vom Nils. Der Nils, wiederholte er, geht's ihm gut? Ich nickte. War gerade in der Gegend, sagte er dann. Hab gedacht, ich schau einfach mal rein. Ist ein schlechter Zeitpunkt. Dann sahen wir uns das erste Mal richtig an. Man weiß, derjenige hat sich verändert, aber man erkennt die Veränderung nicht sofort. Es ist ja nicht nur das Gewicht oder die paar grauen Haare. Niemand wollte etwas sagen. Ein seltsames Schweigen. So abwartend. Hast abgenommen, sagte ich. Und er lächelte und sagte, Ja. Früher konnten wir dieses Schweigen besser überbrücken. Da tranken wir einfach noch ein Glas. Da fiel das alles nicht so auf. Im Südstadion oder in irgendeiner Kneipe. Da waren auch immer andere Menschen. Man war nie ganz alleine. Doch in diesem Moment merkte ich, wie wenig wir uns zu sagen hatten. Was für ein Auto fährst du eigentlich? Ich stand da und sah meinen Vater an. Ich fahr mit der Bahn, sagte ich. Ein Auto lohnt sich nicht. Ich muss echt auf die Kohle gucken. Er nickte. Kenn ich. Ich hielt etwas in den Händen. Den Rucksack. Aber er stand einfach so da und das war mir unangenehm. Meine Bahn geht erst in einer Stunde, sagte ich. Und er verstand. Wir gingen nebeneinander. Ich wusste, er wollte mir etwas sagen. Vielleicht sogar etwas Wichtiges. Aber ich wusste auch, dass er sich damit schwer tat. Mit dem Reden. Mit der Wahrheit. Fortuna ist aufgestiegen, sagte er. Hab's gehört, sagte ich. In der 94. Da hatten sie mal Schwein. Ja, nach all den Jahren endlich mal, sagte mein Vater. Er blieb stehen und fasste sich kurz an den Bad. Gehst du noch ins Südstadion? Nicht mehr so oft. Ich war letztens mit Wummi. Der Wummi, sagte ich. Lebt er noch, ja? Mein Vater lachte. Ein ehrliches Lachen. Gut sogar. Wummi. Mit dem Namen kamen die Erinnerungen. Diese Namen hatte ich versucht zu verdrängen. Wummi. Lupo. Backes. Hast du mal was von Lilli gehört? Nein, sagte ich. Ist doch auch schon zwei Jahre her. Hatte gedacht, ihr habt noch Kontakt. Ich schüttelte den Kopf. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Denke, die hatten neuen Typen. Ist auch besser so. Ich denk da nicht so viel drüber nach. Mein Vater sagte nichts mehr. Und so gingen wir wieder schweigend nebeneinander her. Lilli. Das war auch so ein Name. Man denkt nicht drüber nach, bis man glaubt, man habe es vergessen. Aber es geht nicht. Es liegt da unter der Oberfläche und ruht in sich. Und es braucht nicht viel. Dann ist alles wieder da. Alles wieder oben. Ich kann mir nicht viel vorwerfen. Stimmt natürlich nicht. Aber es fühlt sich besser an. Wir waren am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt. Besser. Ich war am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt. Ein halbes Kind und mit einer Hand immer an der Flasche. Das konnte nicht gut gehen. Der Bahnhof kam in Sichtweite. Da war dieses kleine Stehcafé. Wir gingen ganz automatisch darauf zu. Und dann setzten wir uns in die Ecke und sahen aus dem Fenster. Busse der RSVG. Mütter mit Kinderwagen und Zigaretten. Aufgeplatztes Kopfsteinpflaster. Ein wenig Sonnenschein. Ich besorgte uns zwei Kaffee im Pappbecher. Wir tranken einen Schluck. Ich sah ins Zeitungsregal. Da stand es, als Schlagzeile in der Express. Fortuna packt Aufstieg in letzter Sekunde. Mich ließ das seltsam unberührt. Ich habe da wen kennengelernt, sagte mein Vater dann. Wie meinst du das? Er sah auf den Rand des Pappbechers. So, wie ich es gesagt habe. Ich nickte und schwieg. Sie kommt aus Hangela, sagte er und lächelte. Er sagte es so, als sei das ein bedeutender Fakt. Hangela, Bundesarchiv, GSG 9 und dieser beschissene Flughafen. Was sollte das schon bedeuten? Da kommen nur schöne Frauen her, sagte er und trank einen Schluck. Das wusste ich nicht, sagte ich. Doch, sagte er, ist so. Ich habe da noch keine hässliche Frau gesehen. Er hielt in und sah mich an. Früher gab es mehr hässliche Frauen. Heute sieht man kaum mehr welche. Also, so im Allgemeinen sind die Frauen hübscher geworden. Aber in Hangela, ich sag's dir. Das klang komisch aus seinem Mund. Ich wusste nicht, warum. Dann faltete er die Hände und sein Körper sagte in sich zusammen. Nur ein wenig, aber man sah es doch deutlich. Und wie ist sie so? Fragte ich. Sie ist vor allem jung, sagte er, also jünger als ich. Das schien ihm wichtig zu sein. Ich antwortete nicht. Tut mir gut, die Frau, sagte er und drehte in den Becher hin und her. Wir Unternehmen fiel zusammen. Ein Bus hupte und wir beide sahen aus dem Fenster. Es war nur ein alter Mann, der über die Straße gegangen war, ohne richtig hingesehen zu haben. Jetzt stand er da und schlug mit seinem Gehstock gegen den Bus. Wir beide lachten. Und für diesen einen Moment war alles gut. Die schöne Frau aus Hangela war mir egal. Sie war nur ein undeutliches Bild in meinem Kopf. Doch da waren noch die anderen, sehr deutlichen Bilder, die nicht einfach so wieder weggehen würden. Er atmete geräuschvoll aus und ich wusste, was er fragen wollte. Und er wusste, dass ich es wusste. Also, sagte er und machte eine rotierende Geste mit seiner Hand. Ich kannte den Rest. Wenn ich Zeit habe, sagte ich. Ganz kurz sah ich diese Szene, wie ich mit ihm und der schönen Frau aus Hangela an einem Tisch sitze. Wie wir reden, so ganz vorsichtig und immer drumherum. Und wie wir übertrieben nett zueinander sind. Das sah ich nur ganz kurz, wie gesagt. Mein Zug geht gleich, sagte ich dann. Und er nickte und fragte. Aber sonst geht es dir gut. Das mit dem Zug stimmte nicht. Ich wollte ihn nur loswerden. Ich fühlte mich deswegen nicht schlecht oder schuldig. Ich wollte einfach nur alleine sein. Geht gut, ja. Du hättest dich mal blicken lassen können, sagte er. Oder anrufen. Ich nickte. Ja, stimmt, sagte ich. Aber ich hatte echt viel zu tun. Kaum Zeit. Alle haben viel zu tun. Er sah mir vorbei und senkte seinen Kopf. Es ging schon lange nicht mehr um die schöne Frau aus Hangela. Es ging um andere Dinge. Und es war das Schweigen darüber, dass diesen Dingen ihr Gewicht verlieh. Manches bleibt eben immer eine offene Wunde. Manches bleibt hässlich. Und dann arrangiert man sich. Man lebt damit. Wann bist du aus Belgien wieder zurück. Ich trank den letzten Schluck Kaffee, der mittlerweile kalt geworden war. Und in diesem letzten Schluck lag das Traurige der ganzen Angelegenheit. Wir zahlen immer alles zurück. Da glaube ich bis heute dran. Ein paar Tage nur, sagte ich. Ich melde mich, wenn ich wieder da bin. Mein Vater lächelte. Ganz knapp. Und dann lehnte er sich zurück und sagte, tust du sowieso nicht. Er hatte recht. Ich sah ihn erst Jahre später wieder, ganz zufällig in einer Bar. Und da fragte er mich, ob ich ihm 200 Euro leihen könnte. Er würde bald heiraten und wäre etwas knapp bei Kasse. Er war natürlich nicht mehr mit der schönen Frau aus Hangela zusammen. Er war schon besoffen und erzählte mir etwas von einer süßen Polin, die ihn gut behandeln würde. Aber ich hörte nicht richtig hin. Doch damals war ich in den Zug gestiegen, hatte aus dem Fenster gesehen und die Namen der Stationen gelesen. Trostorf, Porz-Rhein, Grenberg-Hofen. Und daraus sprach Scherbigkeit. Und auch aus mir sprach Scherbigkeit. Dann dachte ich an meine Mutter und was das alles mal bedeutet hat, dass da mal etwas zusammengehört hatte und das nur noch Schweigen übrig geblieben war. Und ich erinnerte mich an diesen einen Tag noch während meiner Ausbildung, als ich mit der 66 nach Bonn gefahren bin und in Hangela West zwei Frauen eingestiegen sind. Mädchen eher, nur etwas älter als ich. Und ich war in dieser seltsamen, empfindsamen Stimmung, in der sich einfach alles potenziert. Und deswegen hätte ich schwören können, niemals zuvor so schöne Mädchen gesehen zu haben. Ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht, über meinen Vater und die schönen Frauen aus Hangela. Bis gerade eben. Ich habe lange nicht mehr gesehen. 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 Vielen Dank.